Meine ganzen Nahrungsteile habe ich hier vorne gebaut. Jetzt hört mal auf hier mit, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt gerne mal hier den Rest des Lichten... Wo ist der Scheiß hier? Da. Weg damit. Ihr könnt ja jetzt schön wieder einbuddeln, aber wie geht das, ist die Frage. Mach weg. Ach ja, ich glaube, ich muss den so löschen, ne? Ja, so, komm her. So, passt schon. Nennt euren Wunsch, ja bitte. So, okay. Dann habe ich hier so ein kleines Torhäuschen hingebaut. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Und hier hatte ich dann meine ganzen Nahrungsteile. Wenn ihr jetzt hier nicht erst in dem Weg stehen würden. Geht Ruhe. Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Ja. Die Truppen des Schweins greifen an. Scheiße. Sehr wohl, mein Herr. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten möglich sein. Das mal was wird. Nehmen wir den seine wichtigsten Teile mal weg. Mit der Katapulte. Sehr wohl, mein Herr. Ein Kinderspiel. So, jetzt kommen sie nicht so einfach rein. Der Feind füllt den Burgraben auf, mein Gott. Wie sollen sie doch? Oh Mann. Das ist eine Mission. Das wird was werden hier. Wir können auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt sein. Ja, bitte. Wir rücken aus. Los jetzt hier. Die Dieperschatzenträger müssen wieder ankommen. Tötet sich alle! Wir haben den feindlichen Angriff überlegt. Ja. Annähernd. Annähernd haben wir es geschafft. So, wo sind meine... Hier kommen auf jeden Fall ganz viele Holze rein. Eine Botschaft der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Jawohl. Ja, hoffen. Du hast wahrscheinlich... Nein, glaube ich nicht, ob das alles bei dir wieder gut wird. So. Ich muss mich gleich wieder um die ganzen Scheiße kümmern. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Das ist schön. Hast du gut gemacht, Sir Longarm. So. Und dann bauen wir hier gleich erst mal so eine schöne Verteidigung rum. Okay. Man könnte auch schon Dings bauen. Kirchen, ne? Ne. Das kommt man doch nicht. Warum habe ich keine Bogenschützen? Obwohl die viel besser sind. Und den brauche ich viel mehr als für diesen komischen Sperrträger. Warum habe ich nur ein Ochsenjoch? Ich kriege zu viel bei dem ganzen Kram hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Hopp. So. Ja, jetzt hier. So. Machen wir mal hier ein bisschen sauber. Den ganzen Kram hier vorne brauche eh keiner. Ich baue den gleich nochmal vernünftig. Fertig. Okay. Bogenschützen bereit. Ihr könnt auf uns zählen graben. Ihr könnt auf uns zählen graben. Ihr könnt auf uns zählen graben. Und dann bauen wir mal hier weiter. Das ist nämlich ganz wichtig. Dass wir hier ordentlich Es werden Rekruten benötigt seien. Ein Burgraben haben. Und Bogenschützen brauchen wir. Ohne Ende. Wohin gehen wir? Einfach mein liebstes Ritterst... Also Mittelalter-Strategie spielen. Man kann sich so schön hier seine Burgen zurechtlegen. So. Endlich fertig. Es werden Rekruten... Oh, ich hasse das. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, komm jetzt hier. Es hat auch Vorteile, so kleine Burgen zu haben. Und zwar, dass es einen tollen Vorteil... Wo sind jetzt meine Truppen denn? Gefahr, my lord. Ein gewaltiges Heer der Ratte wird bald hier eintreffen. Es lässt sich einfach leichter verteidigen. Das meint ihr... Mein Bogen ist euer. Warum soll er patrouilliert ihr? Mein Herr? Das ist scheiße. Patrouillieren ist nicht so toll. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle sind auf dem Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Womit kann ich dienen? Eine Botschaft der Ratte. Unverschämter Pflege. Ich werde eurem Treiben mit Tatmögen ein Ende bereiten. Wie flirrt er denn da unten? Ach du Scheiße. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Guckst du heiliger Strohsack. Was zur Hölle ist nur verkehrt mit denen gelaufen? Was glauben die denn, was ich drauf habe? Bin zur Stelle. Wieso sind die Missionen von Schirr-Richtheitskrater so übelst? Verschieden, ey. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Der Feind befindet sich in der Burg. Ein Rund im Lord so lange wird. Eine Botschaft der Ratte. Ich hatte mein Vorgehen auf dem Dach. Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Was war das denn bitte? Egal, nochmal. So, komm jetzt hier. Hau ab da, du Scheiß. Typ. Das werde ich denen schon zeigen, was ich hier drauf habe. Ja, warte bloß ab. Wenn ihr mal aufhören würdet zu kontrollieren, könntet ihr mal massiv vorne stehen. So nerviger Kram, ey. Gott. Schlimm mit denen. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Ihr könnt auf uns zählen. Nennt euren Wunsch. So, guck mal hier, was ich jetzt machen kann. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Wo sie schätzen bereit. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Ja, bitte. Geh mal direkt auf Burg schätzen. Das schaffen wir dann auch. Geht Ruhe. Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Die Truppen des Schweins greifen an. Hm, du Scheiße. Hier, komm. Oh no, es macht die Kapurte endlich. So. Nein, nein, nein. Oh. Gott, ey, die haben hier unsere ganzen Nahrungsvorräte sofort am Anfang kaputt gemacht. Wird mich doch veräppelt, oder? Und jetzt hört auf zu probieren, ey. Zu viel. Eure Befehle? Die Mission ist richtig krass, ey. Das hätte ich mir nicht vorgestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so reinhauen, ey. So. Guck mal. Ich muss mich gleich direkt mit der Katapulte kümmern, sonst werde ich wieder verlieren. Ihr könnt uns zählen. So. Wohin gehen wir? Und dann kommen da jetzt auch direkt hier die Holzmänner ein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich muss meine Burg wieder einnehmen. Ich brauche Hilfe. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir benötigen Holz. Gebt Ruhe. Ich habe eine Truppe meiner Männer zu eurer Burg geschickt. Befehligt sie und sie werden eure Burg zurückerobern. Die Truppen des Schweins geifen an. Das muss mich sofort um die Katapulte kümmern, weil sonst wird das wieder nichts. Ja bitte. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Am besten ohne sofort meine ganzen Schwerkämpfer zu verlieren. Genau, genau, genau. Perfekt. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Und weiter. Los hier. Jetzt ziehe ich mich zurück. Wir rücken aus. Allzeit bereit. Und weiter. Der Feind füllt den Burg ab, mein Lord. Sehr wohl, mein Herr. Keine Chance. Wir rücken aus. Der Feind ist... So, ich wusste es. Diesmal schaffen wir das. Unsere Lebensmittel vorrechte schwindeln. Äh. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Ich habe gerade ein bisschen Panik. Ach, das wird so krass. Das wird so abnormal krass werden hier. Äh. So. Machen wir mal hier. Ein auf den. Hey. Hallo. So. Geht. Now. Okay. Brauch Nahrung. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Auch Menschen. Wir benötigen mehr Holz. Die Überfüllung. Jetzt gibt es... Oh nein, Gott. Ich sehe es schon kommen. Eine Botschaft von Sir Longarm. Ich habe die Grafschaft wieder eingenommen, die die Schlange fälschlicherweise für sich beansprucht hatte. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir brauchen mehr Trolldaten. Sind auf dem Weg. Das sieht alles genau gleich genauso aus wie vorhin. Das will ich nicht, dass es wieder genauso ausgeht. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Mein Bogen ist euer. So, ihr kommt auf den Turm. Rücken aus. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle sind auf dem Weg. So, okay. Jetzt muss ich noch die ganzen Sperrkämpfer hier ausbilden, natürlich, wenn ich ein bisschen mehr Nahrung habe. Äh, ja. Ein bisschen mehr Platz habe. Wir benötigen Holz. Ah, dieses Spiel macht einen fertig. Bin zur Stille. Das ist richtig krank. Womit. Wenn ihr das spielen würdet, ihr werdet kaputt. Das ist also richtig. Für die Wahrscheinlichkeit, die es schon durchgeschrieben haben. So, äh, du bist mir jetzt nicht voll dumm an. Hör, du bist voll dumm. Ja, klar.